Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU Software. Diesmal bei GNU Funst. Wir zeigen euch, warum Desta Balls auf dem Raspberry Pi keine Bedeutung haben. Schaltet ein und findet's raus. Ob ihr uns heute doch noch in Farbe zu sehen bekommt. Plus das ewige Festhalten an veralteten Desta-Paradigmen. Forkyo Gnome 3. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst. Herzlich willkommen zu GNU Funst. Wir haben heute an Geschwindigkeit GNU gelegt. Ja, weil uns auch Debian zu langsam ist, haben wir mal was Neues installiert. Die sind ja gerade im Freeze. Genau, die sind im Freeze. Kommt kein neues GNOME hoch. Und deswegen KDE diesmal, um was Neues zu sehen. Als wenn das jetzt irgendwie ein Ersatz sein soll. Also für mich schon, weil KDE sehe ich jetzt mehr oder weniger nach vielen Jahren zum ersten Mal. Okay, ich verwende die Applikationen ja sehr gern. Okay, weiter im Stoff. Genau, kommen wir zum Feedback. Wir haben Feedback wieder bekommen. Dann könnt ihr mal den Browser sehen dabei. Genau. Jungs, ihr seid genial. Müssen wir noch weiterlesen? Ach nee, das reicht uns jetzt, oder? Ja, eigentlich reicht das. Nee, also wirklich, wir wollen schneller werden. Und wir haben auch Mikro-Gnews in der Pipeline. Wir planen die Gnews, ja. Irgendwie ist das jetzt der Arbeitsname gewesen. Aber ja, die Gnews. Die Gnews, genau. Was soll eigentlich Inhalt dieser Gnews werden? Naja, das ist dann, da müsst ihr jeweils nur einen von uns beiden sehen. Und wir stellen dann halt irgendeine Applikation vor, erklären was. Oder einen Window-Manager zum Beispiel. Und das sind so die Sendungen zwischendurch. So für 5 bis 10 Minuten länger sollen die nicht werden. Länger soll das auch nicht werden? Vielleicht mal 15. Das kommt immer aufs Thema drauf an. Schauen wir mal. Wir haben eine Webseite nicht. Wir haben eine Webseite. Die ist dann unter gnewfunds.de aufrufbar. Ja, ihr könnt den RSS abonnieren. Wir haben hier auch alle Quellen verlinkt, was in unseren Gnews rankommt. Das könnt ihr auf unserer Webseite dann nachlesen. Genau, da gab es auch ein Feedback. Von daher, ihr sprecht und wir reagieren. Ja, genau, zum Beispiel. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht es zu unserer ersten Applikation. Der Applikation des Monats. Und das ist Marble. Marble. Marble ist eine KDE-Anwendung. Das ist der Desktop-Globe. Also Marble hat versucht, gibt es schon ziemlich lange eigentlich, sowas nachzubauen wie Google Earth, wie diese Google Earth-Applikation. Und wir sehen jetzt gerade eine Ansicht. Okay, das ist nur so eine, okay, wir haben verschiedene Kartenansichten, die man betrachten kann. Und das hier ist einfach diese Atlas-Ansicht. Oh, OpenStreetMap. Das ist ja interessant. Und das Schönste ist eigentlich OpenStreetMap. Schauen wir uns also die OpenStreetMap-Karte an. Die kommt live aus dem Internet. Also ihr braucht eine Internetanbindung dafür. Ihr könnt in den Settings dann auch Caching und sowas einstellen. Und ja, wo sitzen wir gerade? Wollen wir das so genau verraten? Auf jeden Fall, vielleicht hat man das schon mitgekriegt, die Kartenansichten bei OpenStreetMap sind oft besser oder präziser als bei kommerziellen Karten-Services. Gerade in Großstädten sind auch die Hausnummern mittlerweile sehr präzise eingetragen. Marble braucht keine 3D-Beschleunigung, auch wenn ich hier die ganze Zeit so einen Desktop-Globe sehe. Gut, bei dem Rechner ist das wahrscheinlich nicht so vergleichbar. Hier fällt es auch nicht auf, aber ihr könnt ziemlich flüssig damit arbeiten, auch auf ein mobiler Hardware oder irgendwas, was ein bisschen schwachbrüstig ist. Ich habe OpenStreetMap-Routing da drin. Das ist schön. Gebt mal Laskarstraße 6 bis 8 ein. Ja, Enter. Das ist die Adresse, an der sich LinuxWorks mal trifft. Wer weiß, ob er das... Oh, er ersetzt das übergleich. YouTube-E-Log, perfekt, genau. Das macht er sogar schon. Friedrichshain nach Linienstraße 141. 141? 141. Das ist das Berliner Office vom FSFE-Fellowship. Jetzt sehen wir hier A, B und wir sehen den Weg dahin. Hast du den Weg schon? Get Directions. Get Directions. Genau, Get Directions, jetzt rechnend da. Das geht auch online. Also es wird ein OpenStreetMap-Karten-Service online abgefragt und hier dargestellt. Man kann das konfigurieren, um mit dem Auto zu fahren oder mit dem Rad oder für Fußgänger. Ja, probiert das aus. Also Marvel ist eigentlich so eine schöne Desktop-Navigationssoftware. Man kann gut Entfernungen da drin messen. Ihr sagt einem unten gleich, wie lang die Strecke ist. Okay, jetzt habe ich auch Fahrrad geklickt. Jetzt hast du das gerade weg. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt beeindruckt. Das ist ein guter Google Maps-Ersatz. Auf einem Gnom-Desk. Mit freier Software, freiem Kartenmaterial. Genau, das freie Kartenmaterial. Das ist halt wirklich schön. Und an Stellen ist es ja auch detailreicher. Ich glaube sogar, die Straßenbeschaffenheit für Fahrräder berücksichtigt er. Warum er jetzt allerdings hier gerade so lange braucht, schade. Ich gehe mal hier auf Auto zurück und gucke, ob er das dann... Was haben wir noch für Kartenansichten drin? Kann man noch kurz gucken im Map-View. Ja, also wir haben irgendwie die Erde bei Nacht. Wir haben Niederschlagskarten. Wir haben diese NASA-Satellitenfotos, die leider nicht annähernd so genau sind, wie die Fotos von kommerziellen Karten-Services. Ja, spielt mal damit rum. Ein schöner Desktop-Globe. Den habt ihr jetzt auch. Habt ihr eigentlich schon ewig, wenn ihr KDE benutzt. Das nächste, was wir für euch haben, ist die Distribution des Monats. Wieder eine komplett freie. Und diesmal eine mitgenommen-Desktop. Und diesmal eine mitgenommen-Desktop. Wir hatten eigentlich gehofft, dass dort Window Maker zu sehen ist. Dein Bollig. Vielleicht kennt das die ein oder andere schon. Wir starten das mal parallel gleich an. Genau. Dein Bollig versucht so die Multimedia-Distribution zu sein, die frei ist, basierend auf Ubuntu. Wobei man davon nicht wirklich was merkt. Also wir haben Updates-Paketmanager oder, ja genau, Updates-DPKG, wie wir es nennen. Es sind sehr, sehr viele Multimedia-Pakete vorinstalliert. Kommt jetzt ein Desktop. Jetzt kommt ein Desktop. Genau, und es ist auch eine Distribution, die als Live-System daherkommt. Als reines Live-System und auch für nichts anderes mehr oder weniger gedacht ist. Installieren, glücklich werden. So der Slogan auf der Seite. Frei übersetzt natürlich. Genau, hier sieht man auch die Credits, wer da alles so mitgewirkt hat. Natürlich 100% freie Software. Genau, hier ist die Lizenzbeschreibung. Natürlich GPL. Free as in Speech. So, was haben wir an Applikationen? Also da ist halt der ganze, alles was mit Multimedia zu tun hat. Der ganze Jack-Audio-Stack ist mit drin. Also da sind die ziemlich gut. Und das ist auch der Screenshot, den ich gesehen habe und dachte, boah, Window Maker, das wäre cool, ich hätte es gerne gesehen. Ja, das wäre hübsch. Aber den müssen wir nachher nochmal woanders sehen. Den werden wir vielleicht später woanders nochmal sehen. Ja, Sign-Lever ist drin, Blender ist drin. Leider eher in alten Versionen. Insofern kommt dann vielleicht auch mal wieder eine neue Version raus. Können wir nur hoffen. Genau, aber was überraschend aktuell ist, das haben wir schon mal vorher nachgeguckt, der Körnel ist gar nicht mal so. Ich muss erst mal hier. Der Körnel war ziemlich, relativ neu. Also wenn man mal bedenkt. Also wenn ihr einen noch neueren wollt oder so, dann müsst ihr euch schon Debian Stable installieren. Stimmt. Debian Stable ist ja wirklich neuer. Interessant, ja. Nee, Debian Testing ist ja neuer. Müsste ich auch nachschlagen gerade. Ich glaube, Debian Testing ist... Fries. Genau. Ja. Wie auch immer, genau. Immerhin schon in Dreierkerne. Leider noch ein Beet von 2011. Also insofern. Die Software ist dann auch in dem Bereich zeitlich. Genau. Was wir gefunden haben, sehr interessant. Der UPnP-Browser. Ja, ehrlich gesagt. Am Anfang eigentlich ein bisschen geschutzt. Was ist das? Aber UPnP, ihr kennt das vielleicht von eurem Fernseher. Die unterstützen das alle. Und dann kann man Medieninhalte über das Netzwerk teilen. Hier ist auch... Oh, du hast ein elites Foto da rumliegen. Ja, aber noch nicht verraten. Das zeigen wir auch alles später. Gut. Genau. Man kann ja auch nicht doppelklicken, nicht Play drücken. Das ist halt ein Foto. Da gibt es nichts. Vielleicht, wenn es... Das müssen wir nochmal probieren. Ob man in dem UPnP-Browser... Wie heißt der? Fix? GupnP-AV. Control Point. Ich glaube, das ist auch nur der zum Anzeigen. Okay. So viel zu der Distribution des Monats. Weiter geht's. Weiter geht's. Und nun habe ich eine neue Android-App für euch mitgebracht. Eine Gnutiful-App. Und ja, das ist Gnucash. Vielleicht der eine oder andere kennt das vielleicht schon. Gibt's für Android? Das gibt's für Android, ja. Ist das interessant, wenn du eine Festentstellung hast? Vielleicht für das... Um das eigene Portemonnaie zu verwalten, aber... Unser Techie und ich sind ja Freelancer und für uns ist es interessant, muss ich gleich dazu sagen. Ich habe einen Verein mitgegründet und eventuell wird es doch interessant, aber dann wahrscheinlich eher die Desktop-Applikation von Gnucash, weil es gibt nicht so viele Umsätze in einem gemeinnützigen Verein, also in der Größe. Ich stehe mehr auf K-My-Money dann wieder, auf das mit dem K. Start mal. Genau. Du wirst sicher... Ein paar Werte sind schon drin. Du wirst sicher interessiert sein, was das Ding alles kann. Für Ausgaben und Einkommen. Okay, das ist mir ein bisschen zu flach. Genau. Mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Es geht mehr darum, Dinge zu exportieren, die du mal unterwegs eben schnell mal eintragen musst. Da musst du halt nicht mit dem Zettel einen Stift. Smartphone hat in letzter Zeit jeder dabei. Und ja, und zudem muss man noch bemerken, ist es auch eine freie Anwendung. Gibt's auch am F-Droid und natürlich auch in dem anderen Laden von Google. Aber prima für unterwegs, also gerade als Freelancer, wenn ich dann irgendwann am Ende des Monats auseinanderklamüsern will, was jetzt eine eigene Ausgabe ist und was irgendwie Geschäftsausgaben waren oder so. Es ist, also manche Leute haben dann den Anspruch, irgendwie die Currywurst unterwegs mit aufzuschreiben. Dann erstellst du dir einfach ein neues Konto. Zum Beispiel, was? Brieftasche dann, oder? Brieftasche. Brieftasche. Brieftasche, Sparstrumpf. Brieftaschen, das ist vielleicht ein bisschen zu viele. So, dann hast du hier eins. Okay. Oh, null Euro sind noch im grünen Bereich. Perfekt. Ja, also du kannst bei der Brieftasche eigentlich kein Minus haben, aber du kannst zum Beispiel jetzt sagen, ich habe ein Einkommen und mal eben schnell. Ja, okay. Zeichnet mir das auch die Gegenbuchung auf, wenn ich jetzt irgendwo, damit ich hinterher weiß, wie viel Geld ich bei welcher Frittenbude gelassen habe. Genau, hier über Weisenskonto gibst du jetzt einfach an Brieftaschen, also machst du hier Soll. Und dann, angenommen 10, wo auch immer, 10. 10, ja. Gehen die irgendwo anders ab? Und dann gehst du wieder hier zurück und dann siehst du, dass die hier abgehen. Bei den Einkommen gehen die weg. Und bei der Brieftasche kommen die dazu. Okay. Wir haben jetzt dir ja keinen Namen gegeben. Und am Ende der Woche kriege ich das dann in meine Desktop-Buchhaltungssoftware ein? Genau. Kann das so diese Quiff-Exports und sowas? Quiff nicht, aber OFX. OFX, okay. Ja, das heißt, es ist auch gleich ein Standard-Menü-Eintrag hier vorne. Cool. Das ist dieses, genau, das ist das Hauptgenug-Cash-Starten-Format, glaube ich. Ich weiß, dass ich es bei K-My-Money importieren kann. Also insofern spielen die gut zusammen. Es gibt sogar noch die Option, entweder auf der SD-Karte, wie man das haben will. Ich denke mal, senden heißt dann per E-Mail, je nachdem, ob man das, ich habe in den anderen Optionen, kann ich auch noch hingehen, auch gesehen, dass man das per E-Mail. Ist das so die Hauptfunktionalität jetzt von der, oh, per E-Mail, ist okay, gut, schön. Per E-Mail. Genau, und man kann ja auch sagen, alle nur neun, alle die seit dem letzten Export oder eben die einfach rausdischen, die gerade exportiert wurden, dann ist es beim nächsten Mal quasi der Notizzettel wieder leer, wenn man so will. Man muss dieses mehr als Notizzettel sehen und ich glaube, dann wird man damit auch zufrieden sein. Okay, das ist also die Hauptfunktion, dass ich irgendwie drei Konten habe, linke Tasche, rechte Tasche und Buchungen in den Konten machen kann. Genau. Rechnungen schreiben oder so Sachen geht jetzt mit der Android-Variante nicht, nehme ich an. Das ist die Frage, wie sinnvoll ist das für ein, sagen wir mal, für ein Telefon ist. Für ein Tablet wäre vielleicht interessant, aber ich weiß nicht, ob die das komplette Glu-Cache, was es für ein Desktop gibt, auf Android portieren wollen. Kann ich verschiedene Währungen haben. Genau, aber ich wollte, ja okay, ich wollte eigentlich erst dahin, das ist zurück. Allgemein, ich kann nur eine Währung für alle Konten, für eine Instanz dieses Programms Für alle Konten, die in diesem Programm sind. Genau, man kann die einmal festlegen, damit man beim Exportieren halt weiß, was war das eigentlich für eine Währung. Vielleicht habe ich ja doch mal ein paar Pfund in der Brieftasche oder so. Das kann er dann nicht. Das kann er dann nicht, aber da gibt es ja dann, ja man könnte sich behelfen mit einer Krücke, es gibt ja bei dem neuesten Android die Möglichkeit mehrere User zu haben. Da könnte man das dann vielleicht machen, aber das klingt sehr umständlich, weil es dann nicht derselbe ist. Genau, findet es raus und schickt uns eine Best Practice dazu. Genau. Genau, hier sind auch nochmal diese einzelnen Standard Export E-Mails, da kann man das auch nochmal einstellen. Ich denke mal, die untere Einstellung ist hier mehr für die Kompatibilität zu buchen. Man kann einstellen, was immer angezeigt werden soll als Standard, wenn man eine Währung vornimmt und man kann die doppelte Buchführung, die übrigens standardmäßig aus ist. Das ist genau diese Gegenbuchung, also dass die Wurstbude, der ich Geld gebe, dann auch ein Konto kriegt und ich kann hinterher nachschlagen, wie viel Geld die schon von mir bekommen haben. Genau, wenn das hier aus ist, ich denke mal, dann wird auch die Überweisung zu dem Konto. Okay, dann ist das wirklich nur ein Schmierzettel in dem Fall. Genau, dann ist es nur ein Schmierzettel. Also es kommt darauf an, für was man das nutzen will. Das ist schon ganz praktisch. Also wenn ich in die Desktop-Software importiere, ich glaube, dann habe ich sowieso immer diese doppelte Buchführung. Nee, finde ich schon praktisch. Wie gesagt, es ist nicht nur, es funktioniert nicht nur mit GnuCash, sondern mit KMI Money ebenso. Das heißt, wir müssen hier keine Desktop-Kriege ausführen. Oh, das haben wir vorgestern gemacht. Oh ja. So, wir haben doch keine Zeit. Genau. Es geht weiter mit den Gnews. Systemd197. Das ist eigentlich schon mehr eine Commit-Nummer als eine Versionsnummer. Sie wollen so ein bisschen Konfunktionalität reinbringen. Also der Systemd ist ja eigentlich ein Boot-System, was halt wirklich Dependencies zwischen Services technisch durchsetzt und was es jetzt wird, wird es nochmal so ein, bisher haben sie einen Timer drin und jetzt kommt halt so ein bisschen Time-Funktionalität, um zum Beispiel Services an einem bestimmten Datum auszuführen oder so. Genau. Bisher benutzt man Chrome dafür, viele erfinden das Rad neu, aber Systemd will jetzt mal einen neuen Versuch, das wieder zu zentralisieren, dass die Leute wieder aufspringen und sagen, okay, wir müssen es nicht normal machen, es ist ja schon da. Genau. Also ich hoffe, dass dann auch die Desktop-Applikationen dazu kommen, dann doch ihre eigenen Timer wegzuschmeißen und doch vielleicht den Systemd zu verwenden, um Timing zu machen, so wie sie bisher Cron halt nicht verwendet haben, leider. Genau. Als nächstes haben wir für euch Gimp 2.10. Da gibt es viel unter der Haube, viel Neues. Die Gaggle zum Beispiel. Gaggle Engine sorgt dafür, bisher hat Gimp für jeden Farbkanal irgendwie jeden Farbkanal mit 8 Bit dargestellt. Jetzt hat er endlich 32 Bit Gleitkommazahlen für Farbdarstellung und das hat ganz, ganz viele Implikationen. Also ich kann plötzlich Rohrbäder, natürlich konnte Gimp bisher Rohrbäder importieren, aber jetzt kann ich plötzlich Rohrbäder laden und tatsächlich Effekte darauf anwenden und hinterher erst exportieren und halt meine Einstellungen rumschrauben. Effekte werden präziser angewendet. Farbkorrektur für Monentora, also diese ICC-Profile, machen plötzlich viel mehr Sinn, dadurch, dass ich sie mit einer hohen Genauigkeit anwenden kann, ohne Verluste zu haben. Also eigentlich das, worauf alle gewartet haben bei Gimp. Das benutzt dann auch OpenCL an der Stelle, mehr als einen Grafikfern oder den CB-L-Kern. Lustig, dann brauche ich als Grafiker vielleicht nicht mehr die Monstermaschine unterm Tisch, um irgendwie Grafikeffekte benutzen zu können. Genau, weil sie eh nur seinen Kern benutzen können. Sehr interessante Entwicklung. Und auch was nochmal zusätzlich mit reinspielt, ist dieses Farbmanagement-Engine, Lidl-CMS. Genau. Ich denke mal, das ist auch mehr oder weniger der Grund dafür. Nein, genau, das waren die ICC-Profile, die sie bisher auch unterstützen und jetzt über Lidl-CMS in Zusammenhang mit der Gagel-Engine. Genau. Als nächstes wieder Federer 18. Mal wieder. Mal wieder. Das ist ein Lieblingsthema geworden. Es ist ja mit einer Woche Verzögerung rausgekommen. Und eigentlich ist es ja ganz cool. Das Problem ist nur, man kann es nicht installieren. Weil man nämlich, wenn man zwei baugleiche Festplatten drin hat, dann wird man die über den Installer nicht identifizieren können. Dann muss man am besten Federer 17 installieren, dann Federer 17 Tag 18 eingeben und dann kann man es tatsächlich ausprobieren. Genau, also ihr seht nur die Überschriften. Irgendjemand rentet da ganz schön über den Installer. Genau. Unfertig. Bugs. Hässlich. Ja. BetaFS, bieten sie immerhin als Optionsauswahl jetzt. Oh, unfertig Teil 2. Wie auch immer. Okay. Das ist dann die nächste Schiebung, aber seid gespannt. Ihr möchtet vielleicht Federer 18 haben, aber nicht den Installer dafür. Upgradet lieber. Genau. Der alte Anaconda, glaube ich, der ist, glaube ich, noch. Der ist brauchbar, mit dem kann man installieren. Apropos alt. Es gibt noch einen Gnome Fork, oder? Es gibt noch einen Gnome Fork. Noch einen neuen. Noch einen neuen. Nach Mate und Cinnamon, weil viele Leute, ich kann es gar nicht verstehen, also viele Leute sind von Gnome 3 irgendwie offenbar nicht so angetan. Und Consort benutzt auch Gnome 3 Bibliotheken und baut da draußen ein Gnome 2 Desktop so ein bisschen nach vom Look and Feel. Hat insofern eher Ähnlichkeit mit Cinnamon technisch als mit... Technisch gesehen hat es mehr mit dem Fallback-Modus von Gnome 3 zu tun, der zuletzt in Gnome 3.6 noch vorhanden ist. Und die Abkürzung ist lustig, CDE, ne? Consort Desktop Environment. Oh, das fiel mir gar nicht auf. Das, äh... Uh. Ich glaube, das ist Absicht. Oldschool. Das ist Absicht, genau. Man muss gespannt sein, was daraus wird, weil mittlerweile gibt es zu viele Forks. Sind dann in der Summe vielleicht mehr Entwickler schon beschäftigt als für Gnome 3? Ich kann mir gar nicht vorstellen, die Hälfte hat bestimmt schon gar keinen Bock mehr, die Forks zu maintainen. Ja, ich weiß es nicht. Oder sie auszuprobieren. Also ehrlich gesagt... Vielleicht wird es ja auch wieder dann zurück in Gnome integriert und wird zum neuen Fallback-Modus oder so. Genau. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt der dritte größere Fork, von dem ich gehört habe zumindest. Genau. Wenn ihr es ausprobieren wollt, Solo, Solus OS 2. Wahrscheinlich sind die jetzt schon in der Beta. Man weiß es nicht genau. Das ist die Distribution, von der das ausging. Genau. Okay. Genau. Wir haben aber noch ein. Das Gnome-Projekt selber baut natürlich auch an einem neuen Fallback-Modus oder einem Gnome-Classic-Modus, der letztendlich auch nur eine Ansammlung von Extensions ist, die die Shell anders aussehen lassen. So ein bisschen traditioneller. Okay. Dann komm. Viele sind schon da, schon bekannt. Gut. Dann hätte man das doch, bevor man Gnome 3 den Benutzern umhilft und die hin und her gewöhnt. Okay. Also alle, die ihren Benutzern gerade Gnome 3 angewöhnt haben, all den Admins, die dürfen sich jetzt nochmal richtig ärgern, weil jetzt kommt der Modus, der wieder aussieht wie Gnome 2. Wahrscheinlich braucht man den für irgendetwas. Ich frage mich nur für was, aber so ist es nicht. Brauchen glaube ich nicht. Genau. Was haben wir noch? So sieht es dann aus. Als nächstes haben wir was über Devian. Bei Devian steht dann eben doch nicht alles steht. Besonders nicht im Testing. Besonders nicht im Unstable, ja. Ja, okay. Es gibt einen Service, der mir, das ist schön, das für User. Also das Ding ist, wenn ich bei Linux, Linux hat ja die Hardware, die unterstützt wird, wird er ziemlich schmerzfrei immer unterstützt. Das kennt man nicht. Ich stecke so eine Webcam ran an den Rechner und der Kerl merkt, oh, ich habe eine Webcam gefunden. Ich laute jetzt den Video für Linux-Treiber dafür, gut, der Treiber ist geladen. Und als Benutzer habe ich davon, als Benutzer sieht das für mich so aus, ich stecke eine Webcam ran und es passiert nichts. Weil in dem Moment, wo im Hintergrund irgendwie der Treiber geladen ist, ist das Betriebssystem eigentlich fertig. Genau. Und der Benutzer weiß vielleicht auch gar nicht, ob ein Programm notwendig ist, um die überhaupt zu nutzen. Also nicht der Treiber das Programm, sondern das User-Space-Programm, also das grafische Frontend. Gibt es jetzt eigentlich so als Desktop-Service, dass dann gleich, also genau, ein Entwickler beim der WN-Projekt hat sich daran gemacht, sodass ich zum Beispiel so ein Kryptotoken, das ist das Beispiel, was wir hier im Screenshot sehen, ist der YubiKey. Wenn ich sowas zum Beispiel ran stecke, dann kommt gleich ein Fenster und empfiehlt mir, okay, wenn du jetzt so ein Kryptotoken hast, dann willst du das vielleicht erstmal programmieren können. Dann ladet er die YubiKey-Personalization-Tools jetzt runter oder ich stecke einen DVB-T-Stick ran. Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. So, was benutze ich eigentlich, um DVB-T zu gucken, weil die Treiberunterstützung ist ja tatsächlich da. Und jetzt hilft mir halt auch ein Programm dabei, die Treiber zu finden. Genau, es erinnert ein bisschen an Windows, aber ich glaube, wie es umgesetzt wurde, finde ich es super, weil das... Du machst komische Aussagen. Ich mache komische Aussagen, wie auch immer. Ich mache immer komische Aussagen. Das Programm heißt Packer. Ich glaube, wahrscheinlich müsste es ein Unstable oder ein Experimental drin sein. Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Das steht in dem Artikel auch mehr oder weniger nicht. Ja. Genau. Aber mit Ubuntu ist es auch kompatibel. Als nächstes, Alan Cox verletzt die Kernelentwicklung aus familiären Gründen. Aus familiären Gründen, sagt er. Ja, ist er so ein altes Urgestein bei der Kernelentwicklung, nicht der wertige Alan Cox. Was hat man über ihn? Nee, mir fällt nicht mehr ein, was man über ihn mal gesagt hat. Und ja, jeder streitet sich mal mit Linus. Insofern ist das nicht der Grund, hat er ja explizit gesagt. Er hat auch zahlreiche E-Boards bekommen von der FSF. Genau. Allerdings verlässt er die Kernelentwicklung halt nicht mit einem Knall und plötzlich, sondern er macht seine bisherigen Projekte zu Ende. Er ist eigentlich ganz vorbildlich. Genau, er hat da wohl so ein Lieblingsprojekt. Ich habe leider noch nie davon gehört. Vielleicht wisst ihr das. Nicht fluchtartig. Genau. Eine letzte Nachricht haben wir noch für euch. Mach was ganz anderes. Das Mozilla-Phone, das Firefox OS, das gibt es ja zum Anfassen als Gerät. Genau, als Entwicklertelefon allerdings, um vielleicht auch die grundlegenden Apps dafür erstmal zu entwickeln. Genau. Und die sind im Moment vorne, weil es gibt für Ubuntu vorhin noch nichts. Und es gibt auch dieses andere Projekt YOLA, da gibt es auch noch kein Gerät. Das heißt, Firefox Mozilla ist dann mehr oder weniger erstmal vorne, was das angeht. Wie gut die sich schlagen oder ob die anderen nur erstmal zugucken, wie die die Fehler machen, das weiß man alles nicht. Ja, so sieht es dann aus, wenn es, glaube ich, auf einem Samsung-Gerät, haben sie das mehr oder weniger dann schon mal zum Laufen bekommen. In HTML5 implementierte Telefonapplikationen, die zeigen in dem Video auch, wie man mit einem 10- oder 5-Zeiler das telefonieren kann. Das ist ja das, was im Prinzip so ein Web-Renderer ist auf der Oberfläche. Die zeigen in dem Video auch, wie das tatsächlich funktioniert schon. Also das ist Wahnsinn. Wir werden aber nicht das ganze Video hier. Ja, da muss man näher hingucken, wo das geschnitten ist. Ja, schön. So, wir haben ja in den letzten beiden Sendungen schon immer so ein paar Anspielungen gemacht da drauf, dass wir was mit dem Raspberry Pi vorhaben, nicht? Und jetzt sind sie endlich da, die Stücke. Genau, diese kleinen begehrten Himbeeren, wie ich auch einen jetzt habe, an der Wand montiert. Das war das leidste Foto von deiner Kamera, ja. Genau, das hatte das leidste Foto, ja. Welch ein Zufall. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal über die C-Server kleinen Kombinationen, also auf dem Raspberry Pi läuft auch ein V&C-Server, der uns das mehr oder weniger... Das ist eins von den Gehäusen mit den bunten Scheibchen, hast du dir gebaut, ja. Genau, dieses Peabody, das gibt es halt zu kaufen. Ja, und jetzt zeige ich einfach mal, wie das so aussieht. Ich habe mich für Window Maker entschieden, es gibt natürlich noch Alternativen. Eine schöne, schlanke Desktop-Oberfläche, die den Raspberry Pi nicht belastet, aber man kann immer ein Fenster hin und her schieben. Genau. Und da sitzt er nun. Und mir zeigt einen Prompt, ja. Genau. Das erste, was ich euch zeigen will, ist so ein kleiner Videopodcaster. Da gibt es von Gnupodder quasi auch eine Kommandozeilen-Version. Da kann man dann Gnufunds mitgucken. Da kann man auch Gnufunds mitgucken. Ich habe natürlich jetzt ein paar andere Feeds bisher downgeladet. Ich zeige euch mal ganz kurz, was das Ding so kann. Es kann nicht alle Funktionen von Gnupodder. Man kann sich halt anzeigen, welche gerade noch runterzuladen sind, welche überhaupt gerade verfügbar sind. Also das ist dann so eine Liste von Downloads, die er regelmäßig abgreift? Genau. Ich kann jetzt zum Beispiel hier, lass mich kurz gucken, genau, List, GPO-List, und dann zeigt er mir an, alle Feeds, die ich im Moment abonniert habe, da sind ja im Moment nur drei drin. Das ist die Linux-Action-Show, die Tagesschau und noch ein anderer Radio. Kannte ich noch gar nicht. Welche von den drei? Das Programm. Ach so. Okay, gut. Ich benutze das halt, um die Folgen runterzuladen und das kann halt noch eine ganze Menge mehr. Es kann mir halt die Episoden-Anzug zeigen, die noch runterzuladen sind, wenn es die noch nicht hat. Okay. Genau. Es kann updaten und dann die tatsächlich auch runterladen. Und ich habe mir aber einen Crone-Tab dafür gebastelt, um dass er das für mich tut. Crone-Tab, Contrap? Nee, Crone-Tab. Crone, ich habe einen R vergessen. Und eins zu viel. Ja. Genau. Und da sieht man halt, dass ich halt GPR-Update, da holt er sich halt das neue, was im RSS-Feed, dieses Podcast drin steht, runter und danach lädt er alles das wieder runter. Okay. Genau. Das macht er halt. Und das macht jetzt der, genau, den Rechner hast du irgendwo an der Wand hängend in der Ecke. Genau, der läuft halt rund um die Uhr. Der braucht auch keinen Strom. Das ist ja das Tolle an dem Raspberry Pi. Also ein bisschen braucht er schon, aber. Genau, das ist genau wie zwei Handys, die gerade aufladen müssen. Wenn er gerade unter Last ist. Genau. Auch eine USB-Platte habe ich angeschlossen. Und was macht er noch so? Genau. Er macht natürlich auch noch was anderes. Einen anderen Zweck hat er bei mir auch. Was Spannendes zum Spielen. Was Spannendes zum Spielen. Musik. Und da gibt es ja auch viele Kommandozeilen, Programme zum Abspielen von Musik. Muck B, okay. Genau. Und da haben wir zum Beispiel hier auch Musik, kann man nicht fehlen. Das sind ja Mindermucke. Das sind ja Mindermucke. Und zwar hat man bei diesem Player halt auch zwei Möglichkeiten, die Musik darzustellen. Man kann entweder direkt im File-System die Titel auswählen oder eben mit A einzelne Titel hinzufügen zur Playlist. Die dann mit Steuerung und Umschalt auch shuffeln. Genau. Was allerdings wegen Pult-Audio nicht geht. Man kann nur im Software-Modus laut und leise schalten mit Komma und Punkt. Oh, okay. Dann muss man halt auf Software-Modus kurz umschalten. Oder dann mit den Pult-Kontrollen oder sowas nicht. Genau. Mit X umschalten und dann kann man auch die Lautstärke verändern. Genau. Und wenn ihr jetzt so einmal abspielt, dann sieht man auch den Fortschrittsbalken unten. Das ist auch alles sehr nett. Genau. Und in der Zeit kann man auch weitermachen und Dinge suchen. Ja. Man kann auch Dinge suchen. Auch nach Text suchen und sowas. Genau. Nach Text, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber man kann jetzt zum Beispiel nach einer anderen Band suchen. Okay. Das ist jetzt so dein Schild. Und dann findet ihr das auch gleich, die Band, die entsprechende. Cool. Hat auch noch eine Hilfe für mehr Optionen. Also es kann auch eine ganze Menge mehr. Was hat er so ein bisschen? Okay. Auto Next zwischen Playlist, File List. Das hat man mal gesehen. Okay. So ein kleiner Player eben. Genau. Und das Spannende ist, ich kann jetzt Q drücken und der macht weiter. Ah, der ist okay. Also auch so ein bisschen Client-Server mäßig. Das ist so ein Client-Server mäßig drauf. Aber es ist kein MPD-Frontend. Das ist was anderes. Genau. Der MPD-Frontend ist es nicht. Genau. Und wenn ich wieder reingehe, würden wir gleich feststellen, dass er halt immer noch spielt und auch der Fortschrittsbalken weiter gelaufen ist. Ja. Genau. Noch was Spannendes, was er kann? Ich muss mal kurz gucken, ob noch irgendwas Superspannendes dabei ist. Ich würde sagen, es gibt ja viele Anwendungswege mit einem Raspberry Pi. Aber am besten sind immer noch die Höhlen. Die Höhlen. Ich habe auch so ein Gehäuse gebaut dafür. Ich habe eins gefunden noch. Das lag zu Hause rum. Es ist ein ganz schön großes geworden. Was ist das hier? Okay. Also ich finde das Ding schon ziemlich... Also ich hatte diesen... Hast du da alles gemacht? Ich hatte diesen alten Fernseher, der ja dank DVB-T, also dank des Digital-Fernsehens, was wir hier haben im Raum, auch im Prinzip nutzlos war, weil der hat nur einen Analog-Empfänger. Und ja, hier ist halt so eine Analog-Beet-Röhre drin und dann ist da noch jede Menge Platz in dem Gehäuse. Und dann habe ich den Tuner rausgerissen, den TV-Tuner, der ja eh nichts mehr nutzt. Und dann war da noch mehr Platz. Und die Tuner-Platine war eben genauso groß wie der Raspberry selbst. Der kam da rein. Dann habe ich den Analog-Ausgang vom Raspberry Pi mit dem Analog-Eingang vom Fernseher verlötet. Das hier wäre der Analog-Eingang. Man muss dazu sagen, der Fernseher schafft es eigentlich, ein sauberes Schwarz-Weiß-Beet anzuzeigen. Aber wenn der Klingeldraht, der das Analog-Fideosignal führt, nun mal genau neben der Ablenkspur lang geht, dann sieht das auch so aus. Genau. Und das ist nochmal eine andere Spannung, die da langläuft. Und das stört den Raspberry Pi, also den Chip und die ganze Elektronung. Die ist ja halt frei, die ist nicht abgeschirmt. Genau. Da kann das schon mal passieren. Was auch so ein bisschen tricky war, war eine Stromversorgung zu finden. Die Bildröhre läuft mit 12 Volt und der Raspberry wird eben über USB versorgt. Genau, wenn man es über die Kamera sehen kann, ist auch nur ein Kabel dran. Also hier ist ein Kabel. Genau. Ich hatte da noch was rumliegen. Das war so ein Hamer-Netzteil, was als Ersatznetzteil für Netbooks gedacht ist. Das hat einmal ein 12 Volt Output für die Netbooks auf der Hauptline. Und dann waren da an der Seite noch so USB-Ladeports dran. Und das war ganz praktisch. Ich konnte also das ganze Netzteil einfach in den Batteriefach unten versenken. Das möchte ich jetzt lieber nicht aufmachen, weil die Lötstellen da drin, die sind halt von einem Programmierer gesetzt. Das möchte man nicht sehen. Nee, das zerbricht, wenn ich es aufmache. Wir sind froh, dass es funktioniert. Genau. Über den gesamten Produktionszeitraum wäre er schon ausgehalten hat. Ja, nee, ach nee, das passt schon. Also so halbwegs fixiert ist es schon. Ja, genau, die SD-Karte ist vielleicht noch zugänglich. Ach, einen kleinen USB-Port habe ich noch reingebaut. Und eigentlich ist ja mein Traum, dass man so eine WLAN-Karte noch drin unterbringt. Und das wäre natürlich lustig, die Antennen dafür zu nutzen, wenn das hinkommt oder falls das doch andere sind. Ja, also eigentlich ist noch jede Menge Platz da drin, um andere Hardware unterzubringen. Das wäre schon lustig, daraus was zu machen. Also, ehrlich gesagt, im Vergleich zu dem Peebo finde ich das auf jeden Fall cooler. Vielleicht werden wir damit noch ein bisschen Spaß haben in nächster Zeit. Das glaube ich auch. Ja. Ja, der Raspberry ist auch das einzige Gerät in meinem Haushalt, was HD-Videos flüssig abspielen kann. Kann er? Er kann HD-Videos abspielen. Ach so, und eine andere Hardware kann es nicht. Nicht nur den Analog-Out, sondern auch den HDMI-Out, womit das Sinn macht. Du benutzt den, glaube ich, auch den HDMI. Genau, ich habe den über HDMI, deswegen habt ihr bei mir halt auch über den VNC-Server die volle Auflösung gesehen, die er kann. Und ja, über den Röhrenmonitor benutzt er halt den Composite-Ausgang und dann nimmt er halt das höchstmögliche, was so, ist das der Visa-Standard, den er da benutzt? Von der Auflösung? Komposite? Nee, nee, das ist so ein Paar-Standard, das ist was Eigenes. Ach so. Ja, gut, soviel zum Raspberry, nicht? Ja. Wir kommen zur Frage des Monats und das heißt, wir müssten euch eigentlich was fragen. Was fragen wir euch jetzt? Wir hatten doch gerade die Raspberry Pis. Wir hatten die Raspberry Pis, nicht genau. Ihr habt doch bestimmt auch welche. Was habt ihr mit euren Raspberry Pis gemacht? Genau, und ich hoffe, ihr habt die auch nicht alle aufgegessen und wenn, vielleicht habt ihr ja noch einen zweiten, das ist auch nicht so verkehrt. Genau, sagt uns, wie sie schmecken, postet eure Antwort-Videos, postet in die Kommentarsektion, macht das auf Reddit. Oder schickt uns eine E-Mail, wir haben seit heute auch eine neue E-Mail-Adresse. Eine neue E-Mail-Adresse. Post.gnufunst.de Vor allem, wenn ihr Fragen habt, auf die wir in der Sendung antworten sollen. Gnufunst.de ist die neue Webseite, post.gnufunst.de, die E-Mail-Adresse für Fragen. Fragen gehen auch jederzeit überall sonst wo. Eigentlich auch. IHC? Im IHC, wir haben IHC noch nicht. Das posten wir, wenn, dann auf der Webseite, oder? Dann würde ich sagen, auf der Webseite. Alles klar, dann lief das ja eigentlich ganz genug heute, oder? Genau, ja, und mir hat das auch ganz genug getan. Bis zum nächsten Mal.